so da sind wir schon bei den letzten vier aufgaben es werden also langsam mal weniger also diesmal fangen wir an füge im verlauf eines matches mit maschinenpistolen schrotflinten und pistolen schaden zu und das innerhalb von einem match also nicht in mehreren sondern wirklich in einer runde dazu geben wir definitiv nicht in solo sondern in gruppenkeile und sammeln uns da natürlich erstmal die waffen zu sammeln zusammen und dann im endgame werden wir den schaden easy machen also da sehe ich überhaupt kein problem drin dann in eigener sache ihr wisst ja ladebildschirmzeit gleich like zeit kommentierzeit wenn du noch kein abonnent bist hau jetzt gerne dein abo raus denn uns fehlen noch sechs abonnenten da wird unten schon die nächste passiv zahl bekannt gegeben wenn du wissen willst wie das mit dem passiv code alles genau funktioniert einfach mal in der video beschreibung gucken da habe ich ein extra video gemacht wo ich das ganze noch mal genau erkläre und wo ich mich auch vorstelle kurzfassung ist halt alle zehn abonnenten kommt eine zahl hinzu so dann gehen wir mal direkt rein hier diesmal müssen wir nicht so lange warten eben hatte ich eine runde da muss ich glaube ich zwei minuten mindestens haben wir da auf den bus gewartet also gefühlt jedenfalls ich würde sagen wir gehen auch direkt raus immer so schnell wie möglich und wie gesagt maschinenpistole suchen wenn ihr nicht sicher seid ist es eine maschinenpistole guckt einfach im menü noch mal nach das zeige ich euch gleich auch noch mal eine schrotflinte und wie gesagt eine pistole das ist definitiv eine maschinenpistole aber hier ist anscheinend noch eine kiste aber nichts gefunden was wir brauchen so das ist definitiv eine maschinenpistole aber hier ist anscheinend noch eine kiste scheinlich unter uns ein zelt man kennt ihn da haben wir schon die schrot jetzt fehlt uns nur noch die pistole aber die werden wir safe auch noch finden auch da liegt sie doch schon vor uns so haben wir jetzt eigentlich schon alles was wir brauchen wir sagen wir jetzt einfach noch ein bisschen munition und dann gehen wir auch schon rüber so kann man hier durchgucken so wie einige vermutet haben wir hier noch ein bisschen munition hier noch ein bisschen schrot munition gerade da hinten die schrot munition noch mitnehmen da ist die neue hielwaffe zack kann man gucken gibt es da immer noch die medaille direkt ne warte mal wie wechselt man eigentlich aber die kann doch nur die kann nur das einwand ist ein hiffen so jetzt bitte die hängekleider dankeschön so jetzt würde ich sagen wir geben uns mal rüber ach da unten ist ein boot zack müssen sich auch erst dran gewöhnen jetzt ausstecken nach dem boot halten sorry für den boot berg hoch bin steffens tief zu fuß schneller kranker da steht einer aber das waren dann doch nur halluzinationen dabei spiel ich noch gar nicht so lange so in der zone sind wir jetzt auch schon aber eigentlich brauchen wir jetzt wirklich nur noch gegner aber es müsste jetzt eigentlich schnell gehen vielleicht hat er noch keine vorwärter aufgemacht wir nehmen schon die nächste medaille ich habe doch keine vier trugen gesucht ja wo sind die denn alle ich höre aber noch keinen runter kommen aber man sieht hier steht erst 2 0 für uns aber ich gehe jetzt trotzdem mal zu denen rüber irgendwann müssen wir ja mal auf den gegner treffen ich sehe dauernd gegner wo keinen sind diese rücklage könnt ihr euch gar nicht vorstellen wie nervig das ganze ist denn ich finde einfach keine Lösung komisch jetzt gibt es anscheinend keine EP mehr wenn man den blauen ring trifft oder es ist nur die anfangszeit gegner wo seid ihr da sei in einer kiste vorbeigerand oh schmeckt er muss doch mal ein gegner sein ähm innen wurde doch schon gut baut ach da oben ist er noch ernsthaft da leckt es wieder ich könnte geplatzen echt Ja, wie das am linken ist, das ist so abartig. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist. Okay, ich bin da. Ja, jetzt wollt ihr es natürlich beide wissen. Ja, ja, schön macht ihr das. Ihr Hunde. Aber ihr habt gesehen, Maschinenpistole schaden gemacht, Pistole schaden gemacht und mit der Trotschlitte auch schaden gemacht. Wie lange haben wir jetzt? Acht Minuten seit Beginn des Videos. Also in dem Sinne easy machbar. Wenn ich dir damit helfen konnte, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen. Du wirst nichts mehr verpassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den anderen Auftrag.